Hallo YouTube, mein Name ist Manu von Jean-Hilfte und ich freue mich heute ganz besonders auf ein weiteres Epic Game Maker Tutorial für euch. So, ich zeige euch am besten gleich mal, worauf es heute hinausläuft. Wir haben nämlich unseren Charakter, der hier durch die Stadt gehen kann. Moment, jetzt geht's los. Und wir haben hier eine Tür, durch die wir durchgehen. Aber momentan ist die Tür, durch die wir durchgehen, noch definiert durch ein einzelnes Teleport-Event. Während ich, wenn ich durch diese Tür hier gehe, eine Animation vorweisen kann. Gucken wir es uns an. Boah, ey. Wow, Animation. Und irgendwie ist die Tastatur gerade eingefroren. So, mehr wollte ich euch gar nicht zeigen, sondern nur diese Animation, dass die Tür auch aufgeht, bevor ich reingehe. Ich gehe quasi nicht durch die verschlossene Tür, sondern durch eine Tür, die ich vorher geöffnet habe. So, und das machen wir, indem wir auf das Teleport-Event, was wir schon definiert haben, doppelt klicken. So, jetzt brauchen wir als erstes eine Event-Grafik. Und die gibt es hier bei den Türen zu finden. Ich habe sie bei Türen 3. Und hier sehen wir schon, wir können das Facing so ein bisschen ändern, indem wir das in die rechte Richtung drehen, nach oben drehen, nach links drehen und wieder nach unten drehen. Ja, brauchen wir noch. Wir nehmen aber erstmal die Grafik nach unten, weil normalerweise ist die Tür ja zu. So, und jetzt müssen wir hier ganz vorne, bevor das Teleport-Event beginnt, müssen wir einen neuen Command hinzufügen. Indem wir doppelt klicken, ganz oben fügen wir einen neuen Command ein. Wir gehen hier auf die zweite Seite und haben da den Move-Event-Command. Hier müssen wir bei Event-Name This-Event einstellen. Ich glaube, standardmäßig ist Hero ausgewählt. Aber wir wollen ja das Event, also die Tür an sich drehen und nicht unseren Helden. Deswegen wählen wir This-Event aus und wir sagen, wir wollen die 90 Grad nach links drehen. Danach wollen wir nicht etwa nochmal 90 Grad nach links drehen, sondern wir warten erstmal eine Zehntel Sekunde, damit das Ganze auch nacheinander abläuft. Sonst würden die so unmittelbar nacheinander ablaufen, die Drehung, dass wir gar nichts sehen davon. So, wir sagen danach noch einmal 90 Grad nach links und dann sagen wir, wir warten wieder eine Zehntel Sekunde. Also hier 1 eingeben und dann auf OK. Der Wait-Befehl ist übrigens auch auf der zweiten Seite der Commands. Wir sagen dann nochmal Move-Event 90 Grad nach links. Die Frage ist jetzt, warum klicken wir hier nicht auf Wait, weil wenn wir hier auf Wait klicken, können wir dieses Wait nicht weiter definieren. Also wie lange es sein soll und das können wir nicht gebrauchen. So, nochmal 90 Grad nach links gedreht, dann noch einmal fix gewartet und das Ganze angewendet bzw. bestätigt. So, wir testen das Ganze nochmal an. Neues Game und sehen, wir können nicht mehr nur so ganz normal durch die Tür gehen, sondern auch diese Tür geht auf mit der Animation, die ich euch vorhin schon gezeigt habe von der anderen Tür. Wir können auch durch die andere Tür gerne nochmal durchgehen. Das macht mir alles Spaß. Ich könnte das stundenlang tun, hier einfach durch Türen zu gehen und die Animationen zu beobachten, weil die halt so toll sind. Gut, in diesem Sinne sage ich, ich bin Manu von Schauhilfte. Ich konnte, ich, nein, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Da kann ich ja nicht davon ausgehen, ne? Wenn ich euch helfen konnte, dann helft mir doch mit einem Klick auf Abonnieren oder mit einem Klick auf Gefällt mir. So, ne, dann helft ihr mir genau und das finde ich ganz toll. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss!